ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Ich hab einen Ständer, okay? Du hast was? Ich hab einen Ständer Okay, das ist nicht schlimm Du stehst jetzt einfach mal auf Und wir kriegen das schon irgendwie hin Okay? Komm, steh mal auf Versuch mal aufzustecken Okay Ey Was ist das denn? Sag mal, hast du die genommen? Ja, aber nur eine Mama Ich spür es dir wirklich nur eine Sag mal, bist du bescheuert? Das ist gefährlich Es tut mir leid Hast du so Schmerzen? Mann, ehrlich Wie kann man denn so bescheuert sein? Ja Ja, so hat es jedenfalls keinen Zweck Pass auf Du nimmst jetzt deine Jacke Und knotest dir die um Und dann gehst du nach Hause Und ich schreib dir eine Entschuldigung für heute Ja Aber das eine sag ich dir Heute Abend reden wir da noch in Ruhe drüber Ist das klar? Ja, Mama Ich glaub, es hackt Dann nimmt der Potenzmittel Als wenn der nicht wüsste Wie gefährlich sowas sein kann Mal abgesehen von den offensichtlichen Nebenwirkungen Dass das so Nebenwirkungen haben könnte Erstmal wurde mir schwindelig Und dann heiß Und dann bin ich einfach umgekippt Und zum Glück, dass es kein anderer dir gekauft hätte Wer weiß, was noch hätte passieren können Und ich hoffe, Lukas kommt nicht auf dumme Ideen Alter, was du da abgelegt hast Das war einfach miserabel, Mann Marvin, das ist ein City-Roller gewesen Das hat nichts mit einem Auto zu tun Du denkst wahrscheinlich, eine Kupplung wäre was mit Online-Dating Jetzt, ich denke wahrscheinlich, eine Kupplung ist irgendwas mit Online-Dating Gott, du hörst nicht an wie deine Mutter Nee Du hörst nicht an wie deine Mutter Boah, Alter, macht es dir eigentlich Spaß, mich hier vor allen Leuten runterzumachen? Warum denn, Mann? Das sind doch nicht dumme Sprüche Das sind einfach Fakten Du hast dich da oben einfach aufs Maul gelegt Weil du zu blöd bist, gerade auszufahren Du bist doch nur neidisch, weil ich den Führerschein machen kann und du nicht Hä, nee, Alter, ich bin nicht neidisch, Mann Ich will ja keinen Führerschein Wenn Leute wie du auf der Straße unterwegs sind Man, die Fußgänger, die sollten sich lieber mal in 8 nehmen Marvin, ich kann fahren Und die Prüfung besteh ich mit einer 1 Ja, wenn du die Prüfung bestehst Alter, vielleicht nach dem 8 mal probieren oder so, Mann Boah, jetzt reizt's mir, Marvin Komm einfach später zur Kiesgrube, dann beweis ich dir, dass ich fahren kann Hey, was geht bei der Kiesgrube? Dich hab ich nicht mal eingeladen Warte mal, hab ich gerade damit Kiesgrube gehört? Hey, weiß ich doch nicht, Mann Ich weiß nur, dass der nicht Roller fahren kann, Alter Der hat seine Tage oder so Was mit der Kiesgrube? Schon komisch, ne? Irgendwas ist ja falsch Ey, ich hab echt keinen Plan, was Tobi vorhat Aber ich weiß ganz genau, wenn der so sauer ist Dann wird da nix bei Gutes rumkommen Ich mach mir echt große Sorgen, Ubi Scheiß Ich mach schon Ich helf dir Ich helf dir Geht das? Richtiger Scheißtag, das ist ja mein Mittagessen Nachdem Felix es verkackt hat Was war denn los? Freicht, oder? Ähm, ja Hier, hast ein Taschentuch Danke Mann, Felix hat mir irgendwas von einem netten Mittagessen bei sich zu Hause erzählt Als ich da reinkam, dachte, mich trifft der Schlag Es gab wohl eher Kakerlaken als Snack So schlimm? Ja, richtig widerlich, Mann Und dann hat er von mir verlangt, dass ich seine Wäsche mache, aufräume und putze Natürlich nur hintenrum, aber ich bin ja nicht blöd Okay, krass Also Felix hat sich kein Stück geändert Ne Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich ihm nicht mehr hinterherräume Ja, ich sehe wohl eher danach aus, als würde er seinen Dreck ersticken Mann, richtige Messie, Wude Ich habe keinen Bock auf so ein Drecksloch und so ein Penner als Freund Ich kann verstehen, dass du abgehauen bist Ich habe keinen Bock auf so einen Kindergarten Hä, was soll das heißen? Habt ihr Biet? Ja, ich bin einfach abgehauen Denkst, ich habe Bock, seine Putze zu spielen Und das war dem scheißegal Genau so, dass er rumläuft und lebt wie der letzte Assi Ja, aber... Oh Wenn man auf den Teufel spricht, keinen Bock, mich von dem belabern zu lassen Aber Felix hat doch quasi nur uns Also dich jetzt Und der hat doch noch andere Probleme Der sollte mal lieber lernen Das ist aber nicht mein Problem, Rocco Ich habe sogar versucht, ihm beim Lernen zu helfen Aber der ist unerträglich Aber du, du kannst doch, du... Was denn, Rocco, du hast ihn doch auch einfach hängen lassen Weil du keinen Bock mehr hattest, oder nicht? Ja, aber das ist was anderes Ich bin sein Bruder Nee, finde ich nicht Felix ist selber schuld, dass keiner mehr Bock auf ihn hat Nicht mal sein eigener, Bro Also soll der sein, muss er alleine machen Ich bin nicht seine Babysitterin Weil... Was denkt Rocco sich eigentlich? Dass ich Bock habe, Felix seinen Babysitter zu spielen Kann der knicken? Wenn der sich nicht ändert, dann war es das für mich Oh, oh oh, oh oh Oh, ich wollte nicht stören. Ich bin sowieso gleich weg. Ich geh jetzt schnell wieder in die Stadt und dann später treffe ich mich mit Leonhard. Also ich hol noch schnell was raus. Bin gleich weg. Wie geht der endlich? Keine Ahnung. Wieso? Wollen wir nicht unsere Arbeiter machen, wo wir alle letzten Endes aufgehört haben? Ja. Ich bin weg. Ich bin so aufgeregt, aber Lukas ist so süß und so lieb. Ich hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. Scheiße, Mann, der geht nicht dran. Was gibt's doch nicht. Scheiße. Was? Scheiße. Was? Nicht, dass die ganze Geschichte irgendwas mit seinem scheiß Führerschein zu tun hat. Nicht, dass er, keine Ahnung, ein Auto geklaut hat und uns jetzt irgendwas oder Marvin damit beweisen will. Oh mein Gott, du könntest so recht haben. Mann, so wie ich Tobi kennen, hat er bestimmt eh wieder irgendeine Scheiße vor. Scheiße. Manchmal einfach so Sorgen. Ich bin auch Sorgen. Ich bin auch Sorgen. Also, erzählt schon. Was ist los? Mann, Herr Bauer, wir machen uns total die Sorgen um Tobias. Der hat uns irgendwas erzählt. Mit Kiesgrube sollen wir uns da treffen. Der will uns irgendwas beweisen. Keine Ahnung. Nicht, dass das irgendwas mit seinem Führerschein zu tun hat. Und wann wolltet ihr euch da treffen? Ja, eigentlich jetzt so. Nach der Schule halt. Hat ja nicht unbedingt zu heißen, dass das irgendwie eine Scheiße vorhat oder so. Aber ich werde da trotzdem gerne mal hinfahren und schauen, ja? Ja, wir kommen natürlich mit. Nein. Doch, klar. Habt ihr keinen Unterricht? Nein. Ja, gut. Are you there? Are you there? Are you there? Can you see us from afar? Even though you can't interfere? Ist okay? Ja, mega, mega den Magenkrampf gerade bekommen. Was ist los? Hey. Mein, mein Magen. Ich geh schnell ins Bad. Mann, 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 Mann. Shit, 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 shit. Fuck, fuck. Wow. Tote Hose. Lukas, ist alles okay bei dir? Ja, alles gut. Ich... 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 Ich mach mir voll die Sorgen. Das ist mir so scheißegal, was Rocco sagt und auch was Alexa sagt, ich komm schon alleine klar. Das ist ein bisschen Haushalt hier. Geh ich hin. Das ist auch nur Scheiße. Das Wohnzimmer war sauber, aufgeräumt. Es lagen keine Süßigkeiten. Der Tisch war sauber. Ich war so stolz. Alter, Scheiße. Kacke. Na, komm doch raus, ey. Scheiße. Mann, heute läuft doch alles Scheiße. Und das ist alles nur Rokos Schuld. Ey, der hat sich einfach verpisst. Und Alexa, Alexa hat mich auch im Stich gelassen. Aber kein Problem. Ich komm alleine klar, die können mich machen. Was machst denn du hier? Hä? Äh, keine Ahnung. Tobias hat mich hierher bestellt. Und ich reich's ihm jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was ich hier soll. Und was machen sie hier? Ja, wir sind wegen Tobias hier. Ich hab da so eine Vermutung, dass er irgendeine Scheiße bauen will. Hey, Tobi, Mann, ich bleib das ja voll. Tobi, Mann, du hast ja voll. Tobi, Mann, du hast ja voll. Warum hast du dich ernsthaft ein Auto geklaut? Doch, hab ich wohl. Wenn du überhaupt irgendwann den Führerschein machen möchtest, dann kommst du da jetzt raus. Lass uns das hier draußen regeln. Mensch, aber ich kann Auto fahren. Das würde ich Ihnen beweisen und dem Arsch da hinten auch. Alter, was willst du denn jetzt machen? Ich fahr genau da hinten auf die Wand zu und leg die perfekteste Vollbremsung hin, die ihr je gesehen habt. Die könnt schon mal den Bremsweg berechnen. Ey, Tobi, mach das nicht! 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 Mann, Tobi, bist du nicht ganz dicht? Tobi, mach das nicht! Mach das nie wieder! Ist so! Sagen Sie aber nicht meinem Vater, oder? Ich bin froh, dass nichts weiter passiert ist, aber ich werde deinen Vater leider kontaktieren müssen. Und mit dem Führerschein wird das auch erst mal nichts werden. Tja, da habe ich es verkackt, einen Führerschein mit 17 zu kriegen. Ich wollte es einfach viel zu doll. Naja, wenigstens kann ich mich jetzt auf die Schule konzentrieren, so wie Papa es wollte. Ja, ruhig. catspcomb tiff 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 Tiss Tiff 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 Mit Tiff 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 Was ist mit dir? Ich muss ins Bad. Tiff Oh, come on. Was zum Teufel ist mit Lukas los? Ich mach mir echt Sorgen. Lukas!